Ich habe auch davon gehört, dass der Dislike-Button entfernt werden soll, aber er ist ja noch da. Auf dem YouTube Creator Channel ist ein Video dazu. Ja, das ist auch der, ich denke, das ist zu 99% auch der, oder zu 90% auch die Maßnahme. Also der Dislike-Button unter einem Video zeigt mir, oder zeigt im Video zu 90% halt in der Gesamtheit, ob das ein Video ist, was die Leute hilfreich fanden, oder ob es Blödsinn ist, was da gesagt wird. Aus der Perspektive der Zuschauer. So, das ist immer darauf zu beziehen. Das heißt nicht, dass das tatsächlich so ist, das heißt aus der Perspektive der Zuschauer. So, earlier in 2021, YouTube experimented with making the public Dislike Count private to see if it would help reduce these coordinated Dislike attacks across the platform. And after analysis, they did see a reduction. So, the update from YouTube is that the Dislike-Button is staying, but the Dislike-Counts will now be private. Hmm. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss tatsächlich. Ich glaube, das ist okay. Weil das immer noch bedeutet, dass man sagen kann, dass etwas doof ist. Es ist halt jetzt nur nicht mehr sichtbar für andere Zuschauer. Das action will be used to tune your own recommendations, but you won't be able to see the Dislike-Count. Only the Creator can find it on the back-end, if they want. Mm-hmm. Now, a few common questions we saw from the initial experiment. First, without a public Dislike-Count, how can viewers tell if a video is worth watching? Again, I kind of have this question, too, but it turns out that while viewers might use the Dislike-Count to give them a sense of a video's worth, When the teams looked at the data across millions of viewers and videos in the experiment, they didn't see a noticeable difference in viewership, regardless of whether they could see the Dislike-Count or not. Ja, man muss dazu sagen, da hat er recht. Es spielt keine Rolle, ob du weißt, dass das Video beschissen ist. Selbst wenn dein Video gedisliked wird, guckst du dir das an. Also, die Bewertung ändert sich nicht im Fundament selber. Also, du, ich habe nicht ein einziges Mal ein Video nicht geguckt, weil ich es besonders gedisliked fand. Ich habe mich vielleicht mehr auf ein Video gefreut, weil ich wusste, dass da jetzt idiotische Sachen gesagt werden. Aber am Ende hat mich das nicht beeinflusst in der Tatsache, dass ich glaube, dass das Blödsinn ist, was der sagt, weil ich das dann erkannt habe, dass das Blödsinn ist, was der da sagt. In other words, it didn't really matter if a video had a lot of dislikes or not they still watched. Mm, genau. Das ist das, was ich meine. Next common question, if creators can still see the dislike count on the back end, how's that any different? They can see it if they look for it inside Studio Analytics under the Engagement tab. But overall, it's much less likely to cause stress and embarrassment if the count isn't visible to the public. Oh. And one more common question, is this because YouTube Rewind got lots of dislikes? Ha 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 ha! No. Although there are some teams internally, who have learned the hard way, what it feels like to get lots of dislikes. Now, this again is about protecting all creators and making sure they have a chance to succeed and feel safe in doing so. Alright, so that's the update. I hope it doesn't cause too much frustration. Honestly, I think you're going to get used to it pretty quickly. And keep in mind, other platforms don't even have a dislike button. So, consider that. Thank you. And I hope you're well. Yeah. I hope that's okay. Tatsächlich. I hope not, that that's a... I hope not, that that's a... I hope not, that that's a... I hope not, that that's a problematical darstellt. That's in two Wochen is that's scheißegal. And now it's just like, Hey, but I want to see, that irgendwas get-disliked is. Nö. Ja. Ganz am Ende. Is okay. Hat seine Für- und Widersachen, aber das, was Positives überwiegt, und das ist die Mental Health von Content Creators, die sich tatsächlich viel zu viel Platte machen, um öffentlich sichtbare Statistiken. Also, ist okay. Mit Dislikes kann man häufig abschätzen, welches Tutorial gut ist. Nee, nee, das kannst du nicht. Du kannst auch einfach in die Kommentare gucken, wo der erste Kommentar 5000 Likes hat, wo drin steht, This is total garbage, Bro. Du bist damit also okay? Natürlich. Ich meine, ich konsumiere YouTube so nicht so. Ich weiß, dass eine Menge Leute mit YouTube und dem Algorithmus super zu kämpfen haben, weil sie viel zu abhängig davon sind. Viel zu abhängig. Und deswegen ist es doch nice, dass das für die gemacht wird und dass die ein bisschen Entlastung bekommen von diesem Scheiß. Und deswegen ist es doch alright. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Öffne Türen für Scammer. Ach, das ist doch Blödsinn, Alter. Kein Video auf YouTube. Also, es ist Blödsinn. Es ist doch wirklich Blödsinn. Come on, Chat. Alter, seid doch nicht so dumm. Seid doch nicht so dumm. Der YouTube-Prozess der Reportings läuft doch so oder so. Und das orientiert sich niemals an Dislikes. Das heißt, wenn ein Video Scam ist, weil es gedisliked wird, dann ist es ja trotzdem noch da, obwohl es gedisliked wird. Wenn ein Video Scam ist, weil es halt einfach Scam ist, dann musst du das Bewusstsein haben, im Internet auch so ein bisschen darauf zu achten, dass du nicht abgezogen wirst. Wenn du dir ständig komm-in-die-Gruppe-Videos reinschaust, wo dir jemand sagt, gib mir bitte zwei Bitcoins und ich mach dich zu der richtigen, ich mach dich zu einem Multimillionär oder so einen Scheiß. Come on, come on. Dinge, die Leute nicht tun sollten, ist Hakenkreuz-LEDs kaufen und sich zu sehr auf YouTube-Videos verlassen, wenn es um ihre finanzielle Sicherheit geht oder allgemein, wenn Leute was von ihnen wollen. Ne? Und der sichtbare Dislike-Button, und das habe ich aus meinem eigenen Prozedere herausgezogen, ist tatsächlich bei mir nur in Erinnerung geblieben von irgendeiner Army, von irgendeiner Community, die das einfach als Waffe benutzt. Tatsächlich. Auch ich habe sowas schon erfahren. Egal, wie inhaltvoll das war. Ich kenne das gar nicht anders, aber ich mache ja auch kein Comedy-Gruppe-Videos. Ich kenne das nur als Waffe. Und das benutzen sehr viele Leute als Waffe. Und das ist okay. Also, dass es wegkommt, ist in Ordnung. Ich hoffe, sie bleiben dabei. Ich habe ja gesehen, das sind einige Dislikes auf dem Video. Ich habe ja gesehen, und das ist auf dem Video. Vielen Dank.